5 rp auf stay 5 und ich bin wieder hier live dabei und ihr seid dabei und schauen wir mal was heute bei rauskommt ja es war ja momentan ein bisschen problematisch auf dem server aber das problem haben wir ja jetzt gelöst also nicht ich sondern die anderen und aber das team wird die haben es größt und ja ölofen gleich braucht noch zwei hänger ja Bro, bro. Bro, bro. Bro, bro. Keine Ahnung. Sättigungsgefühl. Ja, ich brauche noch einen Hänger und dann noch einen Dreiviertelhänger und dann sind wir durch. Wir haben 19 Uhr knapp, ich gehe davon aus 20, 21, äh 19, was habe ich gesagt, 20, 21 Uhr 30, könnte man fertig sein. Bloß Minus. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt, was die Hell-Docs so treiben und was die anderen noch so treiben, weiß ich nicht. Ich habe nichts ein bisschen, ich habe nichts ein bisschen. Ich nur Gastarbeiter. Ja. Ja. Wie ist es? Ja. Na dritte Lôtゆ. Ja. Ja. Sollte Stapo. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, das sieht geil aus. 35.000 kostet der Helium. 45.000 kostet der Helium. 47.000 kostet der Helium. 48.000 kostet der Helium. 48.000 kostet der Helium. 48.000 kostet der Helium. 48.000 kostet der Helium. Ich habe ein bisschen Zeit, um zu verabschieden. Die Bifta. Muss man sich überlegen, warum sollte man für 50.000 Dollar eine Bifta kaufen, wenn man... Das ist doch schon komisch. Der Packer für 70.000 Dollar. 70.000 Dollar. Die Bifta. Schon später weiter. Die Bifta. Jetzt war abgekoppelt. Du musst drücken F, nicht H. H ist abkoppeln. F ist aussteigen. Einsteigen. Alter der sieht auch geil aus. Da gibt es richtig geile Folien für das Ding. Geiles Muscle Car. Die Bifta. 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 Die Bift. Die Bifta. Das ist einfach weg. Er muss das oder andere ist ein Carmacho. Sankt Naura! Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie Musik. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie Musik. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie Musik. Ja. Sie ist ne geile Bisch. Ich wichse jeden Tag. Und sie quitscht wie ein Schwein, wenn ich reinstehe. Oh Gott, oh Gott. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat es eine schlimmere Sache gesagt. Sie magst gern anal. Und ich bin da ganz schön brutal. Ich bin brutal bei anal. Ist das heilbar? Oh, das war schon vor 20 Jahren heilbar. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Für den ist es ja Katastrophen. Damit gehen die auch nicht in die Arbeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Waffe im Kofferraum habe, wenn ich hier hochgenommen werde, dann sagen die auch, ich würde das ja machen. Schlau irgendwie. Ich kenne mich damit ein bisschen aus. Ich würde ja auch den Typen besuchen und dann würde ich sagen, mach den Kofferraum auf. Klar, dann würde ich auch die Leute, wenn ich jemanden hochnehme und den Kofferraum aufmachen lassen. Und ja, Waffe weg dann halt. So sieht es aus. Ja. Ich bin gut zu Hause rumliegen lassen. Ja. Ich muss mal gucken, wenn es mal irgendwann wieder eine Lieferung mit beliebten HK47s gibt. Ja. Aber es sieht ja eher so momentan so aus, als wenn das irgendwie angezogen wird und es gibt nicht mehr viel, ne? Ja. Ich müsste mal jemanden kennenlernen, der eine Zugangskarte hat für den Container. Kennst du jemanden? Ist er da? Ja. Wen? Ich habe schon ewig keinen Kontakt mit unserem Wirtschaftsminister. Ja. 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 Weil ich würde gerne mal zum Container fahren und schauen, was ich da so raus hole. Ich verstehe. Hast du denn Containerkarten? Ja. Also kriegt man ja immer wieder mal welche. Die kosten momentan so um die 4.000 Dollar eine. Ja. Mit dem Ponder, ne? Ja. Kannst du nur mit dem Ponder reinfahren. Ja. 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 Ich muss mal bei Essen kaufen. Ich habe vergessen Essen zu kaufen. Ich habe daheim ein ganzes Lager voll hier, weißt du? Aber bis ich jetzt zurückfahre... Ich habe ein bisschen was Zeit, bis sie bei mir am Truck vorbeifahren, kannst du was haben? Na jetzt bin ich schon gleich hier bei den Mexikanern da. Ich bin da mal wieder bei rückkirchen. Ja, 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 ja. Und Luke macht doch die Restaurant mit Steinen zusammen. Luke macht das Restaurant mit Steinen zusammen. Luke macht das Restaurant mit Steinen zusammen. Habe ich noch gesagt? Okay. Ich habe nicht ganz gut die Preise gekriegt. Ich bin voll tot, du war jetzt nicht bei der Bank, ne? Ah, ah. Ich bin dabei von mir Bye Eva. Ja.. Was bist du? Laca, 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 Laca! Ja, klar, wie soll ich da mit meinem LKW packen? Ich muss am Automaten sein und will haben 100$, 100$, gehen wieder zurück, statt der Motorhof, und kaufe jetzt ein bei Mexikana, Gulasch, voll witzig, ich fahre zu Mexikana und kaufe Gulasch, ja, Gulasch, gut, Gulasch, Omas Gulasch kaufe ich mir da, wüsste, wüsste, da kaufe ich mir Gulasch. Das geht ja nicht. Ja, ich sehe ja, so, ich brauche, sag mal Gulasch, hab da Wasser, Wasser hab da war. Gut, ich rieb noch mal hier, Gulasch, die Gute von der Oma. Okay, dann rieb noch mal hier, Gulasch, weil ich hier, wasser, wasser, wasser. So, was hab ich, jetzt hab ich genug hier zum Arbeiten. Mexikan Dinner. Mexikan Dinner. Oh, yes, we are in the United States. I like it in the Mexican Dinner. Yee-haw! Yee-haw! And hello, partner, you come in the Mexican Dinners. DITITITIT número 3 Whac, 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 whac! Alle weg 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 weg! Da hat sie alle Tick gehalten, da hat der gekleid, oder was? Oh, wo ist der? Ich wollte mal testen. Lalalala, lalalala, lalalala. Spannende Gruppe, Nach charger. Spannende Gruppe, Nachbarger. Spannende Gruppe, Nachbarger. Spannende Gruppe. Wolfsbein Anhänger. Wir sind arbeitsbereit, ja, immer bereit, stets bereit, äh, breit, äh, breitbeinig, äh, so, keine Ahnung, ich hab's nicht kapiert, irgendwas mit breitbeinig, äh, die Ostmädels sind alle breitbeinig, äh, komm, hol, ich krieg euch, fühlt dich wohl, haha, tritt einmal fühlt dich wohl, haha, kleiner Scherzkrieg, haha, ja, äh, heute ein Klo, die jetzt, oder war, joh, sieht aus, heute gab's frühstück, da wurde ich die Klaus, oder was, haha, haha, ach, das, das stimmt, das ist auch nicht mehr therapierbar, äh, so, jetzt sind wir wieder hier, etwa, aber, ha, alle, alle, so, äh, eins zurück, was ist denn hier alles drauf, Wo war das eine Auto, das mich interessiert hat? Ne, 47.000. Man kann einen halben Stratt einpacken, 1000 Kilo aus Hand. Das finde ich jetzt schon irgendwie lustig. Ich kann einen halben Stratt einpacken. Hey, warum wer mich nicht? Wenn ich tagsüber Öl mache, kann ich abends mal Sand machen. Ich kann ja hier. Das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. Ich muss schnell mal anrufen. Ne, anrufen wir nicht. Darf ja echt nicht wahr sein, oder? Ich glaube, 60 Cent kriegt man pro Sand, oder? Warte mal, ich weiß, wen ich anrufen kann. Ich hab da, äh, ich hab da, äh, 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 Christenschein. Hochlichter. Alter. Was ist denn los mit der Yoshi? Mit der Yoshi? Was ist denn nur los hier? Gibt es eigentlich Betriebsurlaub, oder was? Darf er mich anrufen, du? Ich weiß nicht, ob es ist. 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 Lalalalalalalala. Lalalalalala. 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 Da ist wieder einer super eilig. Ausatm okay. Gender und seránh. Wer kann es nicht nur Whoa. Na, Zelalala. Und许 GISTK. Ich weiß gar nicht, ob es haben. 洗 Foreigner gibt. Geid auf. Wieder kommen. 被fen, geh vienen dasundo. Cool Graph. hinter sich ist. Vielen Dank. 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 Ja, klar. Ah, ein kleiner Burger ist hier neben mir. Ah, schmeckt nach Fleisch. Und schmeckt nach Fleisch. Und schmeckt nach Fleisch. Hmm, ja, ja. Ich habe auch noch ein Schub. Und da, und da, und da, und da. Okay, ja. Okay. Ah! Ah! Das war mein kleiner Zieh. Ah! Zieh weg! Uff, jetzt hab ich den da! Kraftwerk, bin verletzt! Hahaha! Ah! Ah! Das war mein kleiner Zieh! Kraftwerk, bin verletzt! Ah! 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 Ichibokat! 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 Ah! Ichibokat! Ichibokat! Ah! Ichibokat! 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 Ja, es! Ichibokat! Ichibokat! Vielen Dank. 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 Ja, mir geht's gut. Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Aua, 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 aua. Lass mein Lust da stehen. 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 wieder spielfilm machen und dann vergesse ich wieder im hellen ja dann kommt wieder irgendwas mit öl ja dann habe ich keine lust dran also schlau na dann halt die ohren steif jungs ja Vielen Dank. 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 Okay. 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 Ah, der alte Pistenraudi. Pistenraudi. Okay. Ja. Oh, oh, oh. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, man. So, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank. 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 Ja. Ja, 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 ja. Ja, ich bin... Ich... Ja, 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 ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... 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 was mache ich jetzt ja gesagt ich habe jetzt zwei hänger und die haben aber jetzt alle beiden haben den gleichen schlüssel satz java das ist irgendwas stimmt hier nicht machine um keine Hat sich der verdoppelt? Ist da was bekannt? Scheiße. 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 Stimmt doch irgendwas nicht. Hm. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mache jetzt erst mal hier fertig und dann schaue ich weiter. Hm, komisch war. Vielen Dank. 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 Danke. Ich glaube. Danke. Ja. 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 Genau. Ja. 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 er sagt okay jetzt weiß ich dazu für Infos so sehr hat sich das eigentlich geklärt jetzt mit dem Tattoo da mit dem Dulli na wo er gesagt hat er das günstiger kriegen müssen klärt sich bestimmt noch ja was für ein Schwachsinn okay ich kann nix dafür ich kann nix dafür ich bin entschuldet ich war immer immer ich hab mich auch heute gedacht so weiß ich war am Flur hab ich gedacht hey geiler Arsch steck ich ihn einfach rein ja es geht schon wieder los und dann hab ich mir gedacht irgendwas stimmt nicht an dem Loch und dann hab ich mal richtig hingeschaut scheiße war die Nachbarin ja kann man sehen wie man will naja es war auf einmal so eng ich hab gedacht da stimmt doch was ach scheiße ich hab mir gedacht sonst passt doch immer die ganze Faust rein aber naja was sei es ja ich hab mir schon gleich recht gemüßt aber weißt du was ich war hier oben bei dieser Klettermine eben ja was denn jetzt schon hier ja warte mal was ist jetzt? hörst du mich noch? naja, ja ja, jetzt geht es kleine kleine ich war oben bei der Klettermine und da so eine kleine Schanze ist da ja, da bin ich runtergesprungen mit dem Fallschirm und dann bin ich hier gelandet ja, ich hätte geglückt, sowieso auch nicht ja aber geile geile Optik war alles das ist irgendwo falschen Sprung habe ich noch geil echt? ist voll geil ich bin nicht links müde ich hab nur keinen Fallschirm den kann ich dir geben ich würde es mal gerne, wenn du mit dem Motorrad einmal vollgasst die runter springst mit der Sanchez ob du dann noch absteigen kannst und den Fallschirm öffnen kannst naja, natürlich das wirst du mit Sicherheit ich frage, wo kriegst du das Moped wieder her richtig, das fliegt dann irgendwo runter ja, das musst du halt mal investieren, die 8000 ja irgendeiner wird das Ding schon finden der arme Holzfäller weiß schon und auf einmal kommt der Motorrad auf den runtergeknallt ja, die haben doch einen Helm auf, ist doch egal naja, richtig siehst du mal aber der muss sich nach der Palme schädeln mal los ja, das ist klar jo schöner Abend noch Kino Hausberein, danke fürs Bier ab dem Bierbauch ja, ja warte, 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 warte warte, 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 warte tschö 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 tschau Ja genau Tacliatelle, Lachs und Tomat Savior sind unsere gebe rum wenn ich erst mal nachschauen lecker verkehrt schon ich nehme mich seit Wochen nur von irgendeinem Gulasch echt? ja, siehst du ja, das ist aber nicht gut du musst du auch mal ein bisschen was anderes essen du, ja, ne Fambelmus habe ich auch noch boah was? jetzt auch wieder schlecht? nein, alles gut nein, alles gut was kostet denn ne Taktata total helle 6 Dollar was kostet das? du musst ja nicht gleich schreien, verlaut der Schreck, wenn du keine 6 Dollar hast für Luxus essen da musst du, da musst du halt gleich das kriegst du aber bei der fetten Kufe 3 Dollar ja was kostet Döne? hab ich noch Döne? ja, bei Döne gibt's glaube ich wohl 440 ja, aber die macht ja nicht richtig satt aber da musst du schon von 2 essen ich muss nur denken, ist fast gut okay das andere die ich fertig gemacht habe, die macht nicht richtig satt nicht schlecht finde ich die, 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 die Kotelette ja, dieses gebratene Kotelette ja ja, das finde ich nicht schlecht das ist ein Kotelette das ist ein Schweine Kotelette ja, ja, richtig aber man muss dann ein bisschen viel trinken, ja ich weiß nicht anscheinend ist da ein bisschen zu viel Salz dran, ja aber Gulasch geht da eigentlich auch ja, obwohl bei Gulasch muss es auch immer mehr trinken das ist ja auch schon aufgefallen ja, ja echt? ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja, ja ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja ja ja, ja ja, ja ja, ja, ja Ich mach da keine Dingens mehr, ich hab da kein Bock mehr drauf. Auf was denn? Ich bin nicht länger euer Billigköter. Auweia. Jetzt ist er aber wieder mal angestellt. Alles gut, das ist ein Tag wieder erledigt. Aber es ist anders. Kommen wir mal zu Bannersachen, ja? Wie sieht es denn aus? Habt ihr euch schon abgestimmt? Wegen mir, ne? Nein, wegen der Donner. Sag doch mal meinem Bruder raus, Thor. Was, Bruder? Thor, der Donnergott ist mein Bruder, weißt du das? Achso. Ach nee, das war ja, das war ja ein Van mit dem Donnerbiker. Äh, was? Hä? Aber jetzt hab ich nichts mehr verstanden. Ne, habt ihr schon abgestimmt? Ich glaub, da kommt Kutsch ab. Was geht, Teldogs? Moin. Der Supra da gehört in einem von euch? Wer? Ja, auf einem von euch der Supra gehört. Achso. Ne, der wird eine Freundin für uns, ja. Achso, okay, achso. Ne, weil ich hatte Helmuths gefragt, weil ich mal so ein Ding Probe fahren wollte, weil ich überlegt habe, mir einen Supra zu holen. Und Helmuths meinte, dass es wohl einem von euch gehört, aber ist ja quasi so, ne? Hat nur eine Freundin. Ja. Schade. Ja. Aber die ist jetzt nicht da, also. Ja, schade, alles cool. Ich hab gerade pisst. Ja. Äh, das ist schwierig jetzt. Ja, Frauen. Ja. Du weißt ja, du weißt ja, wenn die Frauen ihre speziellen Tage haben. Ja. Ja, ja. Achso. Ja, aber doch nicht 365 Tage. Ja. Vollzeitpatienten. Ja, ja. Gibt auch Vollzeitpatienten, ja, ja. Holy moly. Da blutet er doch. Wollte ich gerade sagen, du hast ja schon mal was von Blueberry gehört, ne? Hab ich's. Ich sag dir, da sagst du ab mal nur, der Arsch ist ein bisschen dicker geworden, da ist direkt Polen offen. Ja, das sollte man ja auch so nicht ausdrücken. Ach. Doch, klar, ehrlich. Ich bin doch ein ehrlicher Typ. Richtig. Richtig. Richtig gut. Du musst das dezenter machen. Du musst deine Jogginghose kaufen mit dem Hinweis, da passt dein Arsch auch rein. Richtig. 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 Sagst du hier? Richtig. 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 Die Bügeleisen. Die Bügeleisen, hier Falle. Und dann sagst du hier ist die Kette und ab mit der. Ja. Ab in die Küche, ja. Richtig. Dann würde ich aber gucken, ob die Kerze nicht lang ist. Nicht zu lang ist. Ja. Das war so ein Problem. Ja. Ja. Weißt du, was ich mal gemacht hab? Ja. Wie hieß? Uns Jungs kann ich das ja erzählen, was ich mal gemacht hab. Ja. Oh was? Ich hab mal eine Freundin gehabt, ja. Keine Ahnung. Die wollte um ihr gefesselt werden, ja. Oh nein. Lauft. Ich hab sie gefesselt und dann wär ich in die Kneipe gegangen. Nein, nein, nein. Da hab ich sie gefesselt, ja. Dann hab ich an ihr rumgespielt, ja. Und jedes Mal bevor es jetzt bei Orgasmos war, ja. Hab ich aufgehört, ja. Ich hab keine Ahnung. Was stimmt mit dir nicht? Was? Ich hab mal ehrlich, ich war schlimm mit dir nicht. Und dann hab ich wieder Weine gemacht. Und dann warst du wieder ganz kurz davor vom Orgasmos. Dann bin ich rüber gegangen, hab mir einen Kaffee gemacht. Und hab mir dafür ganz kühn nüsli gegluckert, ja. Und die Moral von der Geschichte am Ende war so weg. Hast du dich verlassen? Nee, die guckte ja nicht. Ich war ja festgebunden. Wir hätt's ja im Abbau hören sollen, ja. Auf alle Fälle kam ich da rüber, hab's dann endlich zu Ende gebracht, ja. Und die war richtig, also die war sowas von feucht, ja. Die hat schon gezappelt wie so ein kleiner Käfer, ja. Welche, was ist hier? Aber Henrico, welches Alter hast du eigentlich? 41. Ich dachte, jetzt kommt so ne lustige Geschichte und nicht irgendwie deine Bettgeschichten. Nee, nee. Das muss das vorher an die ganze Zeit so. Und der Witz ist, wie ich sie losgeputten hab, ja. Wird Kugel übrig? Hat sie mir so eine gescheuert, dass ich mir eine Backenzahn verloren hab, ja. Was? Du hast dir einen Backenzahn rausgeführt. Da vorne ist übrigens die, die in Supra fährt. Ja. Und da hat sie zu mir gesagt, jetzt machst du nie wieder, du Arsch. Hab ich gesagt, schau mal. Ich hab ja noch 32 Zähne. Ja, aber die Laune ist nicht so gut, ich würde ja heute nicht. So, mach mal, mach mal, mach mal, komm, tu's. So, du sollst den Stein für dich ins Rollen bringen, Sinan. Hä? Hä? Ich fragte nur, ob ich ihre Karre vorgefahren kann. Jetzt. Jetzt. Einsatz. Na hallo, gute Dame. Hallo. Hallo. Das ist ja Richtung, wo wir hergekommen sind. Das wird lustig. Mhm. Äh, Richtung Ost. Weil sie ist ja nur pisst auf uns. Ja, richtig. Ja, richtig. Warum? Ich bin 41. Ich bin 40. Connor, wie alt bist du? Ich kann das nicht glauben. Ist ja richtig schlimm. Was, kannst du nicht glauben? Alter, ist ja richtig schlimm. Und? Erzähl. Nee, jetzt hab ich Angst vor dir, ehrlich. Sinan, du hast das einfach. Ich erkläre, dass du den Gaudi. Ja, bist du nicht allein, ne? Ja. Du musst aber irgendwie meine Eier in der Hose haben. Du musst sie packen. Du musst sie an die Wand drücken und loslegen. War dir Bock ab? Ja, ey. Dann erklär doch mal ne Fahrrad jetzt. Komm. Ja, komm. Hau raus. Ja, komm. Zeig mal, wie du mit so einem heißen Pferdchen umgehst. Nee, jetzt hast du die ja schon... Nee, warte jetzt, komm. Also, angeblich geht in Kumac irgendwo Party ab. Was? 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 Was hast du gesagt? Angeblich geht in Kumac irgendwo Party ab. Hm. Ja, hab ich verstanden. In was für nem Ding? Ja. Kumac, West Hawaii. Kumac. Kumac. West Highway runter. Achso. Du startet irgendwo ne Party. Achso. Da fährt einer Sanchez. Ist der Duro. Ist der Duro. Ja. Sag mal, kannst du bitte mal deinen Tour ins Gesicht nehmen? Nee, das geht nicht. Ich hab Corona. Warum nicht? Ich hab Corona. Ach, nimm mal ab, Anderson. Ach, Jungs. Ihr kennt mich doch. Eine Armlänge ab und dann... Sehr sympathischer. Das Einzige, was hier noch fehlt, was ich ne Kutte trage. Hey, ich hab so'n Laboranzug. Die musst du ja anziehen, wenn du das hast. Du bist jetzt zufrieden, jetzt ist er nackt. Jetzt friert er. Der hat aber die Hose an. Ja. Ja, die zieh ich für euch auch nicht aus, ihr Schlinge. Weißt du, wie es im Gegenteil ist? Ja, da kriegt der eine hier wieder Fesselfantasien. Nee. Ja, ja. Ja, ja. Weißt du, wenn du mich nach 15 Minuten losbindest, dann verlierst du mehr wie ein Zahn. Vielleicht hat er ja die Fantasien schon. Nee. Wollte du grad sagen, weißt du, im Gefängnis ist es so, wenn die Seife im Boden liegt, wird's gefährlich. Ja, deshalb hab ich nur noch Flüssigseife. Ja. Ja. Füllenlänge. Ja. Ich hätte noch nen Zitzel frei, wenn ihr braucht. Ach, willst du jetzt noch Vermittler spielen? Ja, der Paletto Bay Hotel hat noch ein paar Hotelzimmer offen, das sag ich dir immer. Ich gönne euch das. Na stimmt. Auf meinen Nacken. Als wenn... Alter, du hast schon keine Kohle, weißt du? Ja. Dafür reißt du noch, glaub mir, die beiden rein. Heute nicht, Milchtypentag? Na, der war gestern, oder? Das hört sich jetzt komisch an, die Milchtypentag. Was? Digga, was? Ja, Digga. Ja, genau. In der... Wie heißt der Pupf da hinten in der Stadt? Unicorn, meinst du? Ja. Milchtypentag. Ja, Milchtypentag. Ja, Junge, ihr kriegt hier gar nichts mehr mit. Ich soll mal alles machen, hier an eurem Bike rumzuschrauben. Na gut, ich muss erst mal weg, ich muss noch was machen. Ja, ja. Geh mit dem Türken auf Milchtypentag. Ja, ich mag so Milchtypentag. Ja, ich mag so Milchtypentag. Komm, ich bin schön da dunkel. Boah, was habt ihr mit der armen Frau gemacht, weil die so schlecht drauf ist? Das war eigentlich nix. Ja, das ist es. Ihr habt die wahrscheinlich nicht genug beachtet. Ui, okay. Genau das ist das Problem. Man muss sich um so ein Wesen, wenn das schlechte Laune hat, halt ein bisschen mehr kümmern. Genau das ist das Problem. Und wenn von einer Seite genug ist, dann wird umgedreht und gesalzt. Das sag ich mal kurz. Alter, ich mag dich jetzt schon. Das ist geil. Äh, gib mir 5. Ne, ich hab grad keine Handschuhe. Mit der Miner Line, aber du weißt ja. Mit der Geheizabstand. Hä, wo ist Connell hier? Der hat doch gesagt, der muss noch weiterreden. Ne, das war Julio Connell, der rennt hier rum. Ja, der rennt hier im Kreis. Wie geht das Herbie eigentlich nicht? Der war ja gestern im Krankenhaus. Was, Herbie war im Krankenhaus? Warum war der im Krankenhaus? Habe ich gar nicht mitbekommen. Der hat sich mit dem BMX lang gemacht. Da ist es mit Zweirag erkrankt. Da schwelte ich das denn. Woher ich wieder? Ja, hatte ich jeder hier, äh, Fahrrad fahren? Ja, ich kann doch. Die alten Knochen, das kriegt der nicht mehr hin. Dann ist er aber auch so verlockend mit dem Ding runter zu springen. Wo ich nicht flieg so hoch ist. Ja. Da ist er wieder. Ja. Ich glaube, ich wollte mich überhaupt jetzt mit hier kümmern. Ja. Tja. Versuch das. Hast du noch eine Rose im Auto? Sie. Äh, Chef. Die braucht keine Rose. Was die braucht, ist was anderes. Gut, Zuspruch. Wurde heute an gepumpt, Mann. Hallo. Moment, ich bin noch am Telefonieren, bitte, ja? Entschuldigung. Ja, alle. Okay. Entschuldigung... Vielen Dank. 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 Ja. 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 Wie gesagt, jeder hat seine Vorgeschichte, jeder hat seine eigene Erlebnisse hier. Ja, das brauchst du mir nicht sagen. Wie gesagt, ich bin total konform mit dir, aber ich muss mich meiner Mehrheit anschließen. Naja, klar. Also für mich gibt es überhaupt keine Diskussion. Auch Herbie hat seine Vorgeschichte. Definitiv. Nur ich nicht. Nur ich habe weiße Weste, äh, weiße Hose. Ja, du bist, da in der Woche wurdest du abgeknackt, Alter. Ich habe mehr Geschichten als der Dänkstämmer. Bis auf den gelben Fett da vorne. Aber das hättest du nicht geschafft, glaube ich. So schnell wie der mit den Bullen und mit irgendwelchen Gangs zu tun hatte, Tinos, das hättest du nicht geschafft. Das erste Mal in der Eisenmine kloppen und zack, er wird schon eingepackt. Ja. Und vom Bullen niedergeschossen. Obwohl er nichts gemacht hat. Ich wurde in der Eisenmine eingepackt von den Russen und wurde zermatscht. Die Polizei hat dann uns unterwegs im Schlafanzug abgegriffen und meinte so, Ey! Das sind die Opfer. Aber das ist nicht wundern, warum ich nicht arbeiten gehe. Das war der zweite Tag auf der Eisenmine. Oh, komm mal mit in der Miene, zack, bum 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 bum. Ja, schon das Erlebnis. Seitdem ist er traumatisiert. Und alle meckern, warum die so nicht arbeiten. Hat da nur schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wer war das denn da gerade? In Ost? Oder war das jetzt aber die da gerade laufen haben sehen? Ich weiß nicht, da sind da im Tattoo-Land zwei Leute. Ja, von Lost. Sind von Lost, bist du sicher? Ja. Ein Lost, oder? Nein. Ach so. Also, würde ich sagen, ja. Aber hatten die Lost nicht ein eigenes Tattoo-Stuhl? Ja, freilich. Haben sie doch. Ja. Wo denn? Und? In Los Santos. Ja, das wird doch gar nicht betrieben, oder doch? Nee, das wird nicht betrieben. Schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ach so. Ja. Ja, 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 ja. Die paar Tattoos, was du da machen kannst, das kannst du ja in der Woche an einen Finger abzählen. An den Finger, wollte ich sagen, an einer Hand abzählen. Ja. Ich glaube, die betreibt es nur so halt, dass man ihn jetzt nicht wegnehmen kann. Das habe ich gerade nicht so verstanden. Warte mal kurz. Ja. Jo, check. Ballers und Saints belagern die Saints-Werkstatt. Warum belagern die die? Was? Die Ballern. Ja, dann halte ich da so ein bisschen auf Distanz. Ja, auf das Wort kann man natürlich hören. Wollte ich gerade sagen. Was für eine Werkstatt? Hey, äh, die Stars-Werkstatt. Stars-Werkstatt, ja. Ich weiß ja nicht, was der 24-7 war, dass Stars-Werkstatt rumklebt, ey. Hm. Gestern hat er noch zu mir gesagt, da war bei der... Was hat er gesagt? Hast du das auch gehört, Marie? Wir sind bei Reaction Corp. Ja, ja. Was ist das? Du kannst doch genauso gut gleich zum Mafia gehen, Alter. Geh doch gleich zum ADAC, zu Hernandes und Proalter. Reaction Corp ist doch unten bei Mission Row, ne? Richtig. Verkaufe ein Haus im Paleto. Welches... Was? Strandnege? Welches Haus ist das? Ja, mehrere Häuser sind da. Ich hab auch schon geguckt, aber... Ja, aber welches... Warum haben die kein Navi gesetzt? Ich will auch Häuser haben. Keinen Namen. Hör mal, ruf dich mal da an und frag mal, welches Haus das sein soll. Nur mal aus Jux und Dollerei. Und lausche mal so ein bisschen auf die Stimme. Wenn das so eine Frau ist, die so richtig widerlich klingt, so wie... Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Dann ist da die kleine Dreckschlampe hier vorne. Da muss ich so leider erschießen gehen. Wenn die das Haus verkauft... Ich schlach dir dieses Stück Scheiße ab, Alter. Tablet schon wieder tot. Siehste? Ich hab... So lieb ich uns die Marie. So lieb ich die Marie. Das ist genau das, was ich an dir mach. Ey, die blöde Forza hat mir das Haus weggekauft. Was meinst du, wie glücklich ich auf die Alte bin? Das wollte ich haben. Wir haben die gleiche Sprache, das ist so geil. Ja. Das ist ne Fotze, so sieht's aus. Ja. Wie kann ich so... Ja, aber Rico, schreibst du es manchmal? Was? Nö, recht hat er. Was? Das ist wirklich eine. Ja? Sollst du herbestellen? Dann freust du dich immer, wenn die Flatterfotze angeflattert kommen. Ja, aber ich dachte, okay. Boah, hier ist ein 350 Zettel von 45.000 Uhr. Mhm. Ich sag ja. Wer steht denn jetzt da drüben eigentlich? Wohl, dann hat sie vielleicht ein bisschen Geld, ne? 5, 7, 5, 6. Wow. Wer steht da drüben draußen eigentlich? Ich kann das nicht erkennen, ey. Ist das so ein Kotzen, Alter. Dreckslampe da vom Zetteladen, ey. Ja. Hm. Die Marie und ich, wir sind halt Straßenkinder. So sieht's aus. Ja. Ja, deshalb rufen wir an, ne? Gossenschnauze, ja, machen wir. Ja, ja, so ist es. Wir haben Gossenschnauze. Bei uns läuft das ein bisschen anders ab. Nicht so mit. Könnten Sie mir bitte das besser erreichen? Hä, was? Nochmal. Viva. Wie war's jetzt bei den Ballers, oder? Naja, also ich sag mal so, wenn die Ballers und die Sands bei den Stars blockieren, dann ist ganz schnell Omertha, äh, nicht Omertha, äh, 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 na. Ah, die Niners auf dem Plan. Weil Stars und Niners, die arbeiten ja oft zusammen. Uff. Dann halte ich trotzdem mal ein bisschen, äh, verdeckt, weil wenn da, da, das könnte doch noch passieren, dass es da gleich knallt. Hm. Oh, die Action hätte ich mir auch mal angetan, aber da ist ja, glaube ich, wieder nichts für mich so luftmäßig. Schade, ey. Immer wenn Action ist, kann ich das nicht aushalten. Das ist zum Kotzen, ey. Echt? Ja, das ist, dann gib mir die Sauerstoff, ne, Mann, dann kommt Speedy und holt mich. Das ist nicht gut. Okay. Okay. Das ist schade, ey. Ex-verrottetes Kraftwerk, Alter. Scheiße, Dreck, Mann. Ich hol das noch kurz an und dann melde ich mich gerne morgen nochmal bei Ihnen. Okay. Schönen Abend noch. Ciao. Jo, danke. Tschüss. Ja, sie. Ja, der hat jetzt so eine süße Stimme gehabt, Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. War es er oder sie? War es sie. Achso, ich habe verstanden, er ist sie. Wo die großen Palmen stehen, sagt sie. Hä? Was? Wo die großen... Oder 40.000, will sie aufhören. Was für die große... Für die großen Palmen stehen? Das ist doch... Lass doch mal hingucken. Lass mal hingucken, da. Lass mal hingucken, da. Lass mal hingucken, wo ist denn das? Ja, wo ist denn das? Ey, Kamacho, Mann. Na, warum mal Kamacho-Schlüssel? Oder so, oder Bike. Ja, einfach mal Bike. Musst du Bike holen, da. Hä? Ich bin überall Palmen. Was siehst du denn? Du Palmen, ich stehe. Hä? Hä, was ist die Narbe, der? Ach, hier? Hier meinst du? Amy Hurt. Hä? Amy Hurt. Ja, dann ist das von Amy. Tja. Ja. Äh. Kannst du sehen, wie du willst. Was ist das? Kannst du sehen, wie du willst. Du kannst ja mal bei Hernandez fragen. Die hat früher mal bei Hernandez rumgelutscht. Wenn das die gleiche ist. Es hat nicht die von Amys hier Tattoo da, da, den Scheiß. Ach so, das kann ich natürlich sagen. Das kostet. Aber das kostet 140? 140 will sie dafür haben. Hm. 140? 140 hat sie angeblich damals bezahlt und 140 will sie auch dafür haben. Laber, die Scheißbruchbude hat genauso viel gekostet, wie der Rest von den Muchtbuden hier. Wie teuer waren die? Ja, 95.000 hat die damals gekostet. Da hatte ich noch keine Kohle, da wollte ich die Bude schon haben. Weil sie neben dem Haus ist, was ich auch ziemlich nice fand. Das ist doch ein Stufe 1 Haus, oder? Nee. Was soll's? Ich denke, das ist Stufe 3. Nee, das ist keine Stufe 3. Das ist keine Stufe 3 Haus. 5.000 Platz, sagt sie. Was hat sie denn zu dir gesagt, welches es ist? Da, wo Palmen vorstehen oder was? Da, wo Palmen vorstehen. Nee, schön. Überall Palmen vor oder nicht, also bei mir. Es hat aber nur eine Garage und es hat nur kleiner Wohnraum. Das ist Stufe 1 Haus. Das kriegst du für 90.000. Nee, 80.000 kriegst du das in Los Santos. Naja, deswegen. Wir sind aber nicht in Los Santos. Naja, dann ist es hier noch billiger. Richtig, das meint der damit. Ach so. Ich mag den kleiner. Er sieht nicht durch. Ja, die hat sicher versucht, einen schönen Hinterhof zu machen, ja? Allerdings, wenn man so verrottet wie der aussieht, dann sieht der Pool auch nicht mehr schön aus, wenn der da drin steht. Der Pool, ja? Ja, ja, ja. So rüber, guck mal, er hat mich dann eingenistet, ey. Willkommen bei mir. Was wollt ihr in meinem Hof hier, hm? Oh, heiße Chica. Wollen wir bei der Whirlpool? Komm mal da rein? Ja, komm mal da rein. Da sind Sträume, ne? Oder in der Rennung. Ey, uh! Der rennt noch rein da in das Wasser. Wer weiß, wer hat Brooks da auch schon reingekackt, ey. Der kackt ja in letzter Zeit in jedem Body. Der ist momentan auch voll, den anderen halt drin. Oh, cool, man kann aufs Dach. Echt? Oh, warte mal. Lass dir mal. Also, ihr hängt sich überall ran. Scheiße. Komm, stell dir da drauf. Au! Huch! Du musst dich vorne hinstellen. Wo, wo, wo? Huch! Huch! Hier so? Ja? Und, 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 und dann eigentlich Opala. Ja, genau. Versuch mal wieder, wie... Versuch mal vom Stein aus. Wie dann? Einfach nur drauf zulaufen und dann, ähm, ja, ne? Ach so, springen. Die, mit, äh, ja genau. Ah, okay, ja, ja, ist ja. Und wieder was dazugelernt, ne? Ja, siehst du. Auch im Alter lernen wir was mit. Das macht dir spartbar. Ja. Kannst alt werden... Ja, kann man alt werden... Ich bin erst 40 geworden, lass auf, ey. Echt? Bist du? Ja. Dann bist du ja doch vom Alter her ziemlich gleich. Naja, sag mal, kackst du da jetzt rein? Ich hab ein bisschen Gespräche geführt, ey. Ja. Wenn da zieh dich... Mit deinem Ernst, ne? Kaufst du das Ding doch und dann ist das Ding vollgeschissen. Weißt du ja nicht. Musst du anrufen, aber nur wenn du die Möbel behalten darfst und die stehen bleiben. Oh! Sag mal. Alter. Ich hab voll die Scheibe kaputt. Oh, ich wollte für dich hier verrufen, weil du so nicht klettern musst. Hast du Henrik umgehauen, Mann? Ach da. Das ist doch so aus der Latschen gehauen, so Puff. Haha. Aber so viel nehmen, so viel. Nee, so ist es nicht wert. Na, alles gleiche? Ja. Das stimmt, warte mal, ich pack mal die Karre hier weg. Aber das ist auf jeden Fall keine 140.000 wert. Für 140.000 kriege ich ein Klasse 2 Haus in Los Actos, ja. Da kann ich mir aber die Einrichtung aussuchen, verstehst du? Bei Stufe 1 Haus kannst du dir nichts aussuchen, da ist Standard, sieht aus wie ein beschissenes Hotelzimmer. Ja, sie sagt aber das ist 2, die Ausstattung ist schon hochwertig. Ja? Ja, hat sie gesagt. Ob es stimmt. Ob es stimmt. Ob ich da nicht selber reingehen kann. Ja, kannst du das auch nicht nachvollziehen. Aber ich glaube die ganz kleinen Häuser ohne Garage waren Stufe 1 und die mit Garage Stufe 2. Nee, nee, nee. Es gibt auch mit Stufe 1 gibt es auch Garagen. Echt? Ja, ja. Kann ich dir sagen, wenn du mal auf deine Karte gehst, ja. Geh mal auf deine Karte. Wie viele haben denn eigentlich, oder wie viele passen denn? In eine Garage passen auch wirklich nur... Ein Auto, ja. Boah. Das ist ja total kindisch. Ja. Erzähl. Außer du hast ein Stufe 3 Haus, da kriegst du dann glaube ich 5 rein. Oder sogar bis 20. Aber das ist dann so wild, ja. Ja, klar. Ja. Das ist auch wieder bei 6.000, dann weiß ich wie viele. Richtig, richtig. Du weißt doch wo der Mission Road Parkplatz ist. Nee, mach mal anders. Du weißt doch wo das Krankenhaus ist, ne. Ja. Und südlich davon ist doch eine Garage. Ja. Und da von südlich gegenüber sind doch lauter so kleine Häuser. Ja. Die ganze Straße runterwärts, ja. Das sind alles Stufe 1 Häuser mit Garage. Und da sind eine... Der ganze Block ist... Da kannst du überall noch Häuser kaufen und die kosten dir 80.000. Aber ist das nicht schon ein Ganggebiet oder irgendein Scheiß? Naja, also... Ganggebiet fängt ungefähr... Naja... Es grenzt, sagen wir mal dran, ja. Du bist schon an der Grenze, ja. Aber ja gut. Das ist halt so. Was ich nicht verstehe, dass hier zum Beispiel auch Häuser sind. Von Leuten, die schon ewig nicht mehr hier waren. Und du kriegst es nicht irgendwie geregelt, dass du das abkaufst. Ja. Nee, geht da nicht. Und es wird nicht genutzt. Und das kotzt mich tierisch an. Weil wie gesagt, das eine Haus mit den ganzen Gerüsten dran, das wäre so optimal für uns. Ja. Na gut, man könnte es auch machen, wie jede andere Familie oder Gang. Ich kaufe ja die Häuser nicht, die ziehen da einfach ein. Ja, ja klar. Ja, ja klar. Das ist auch immer sehr geil. Hm. Naja. Weil es nicht mir gehört. Richtig. Aber ich kann den Tool halt nutzen. Das ist doch was. Hä? Das ist doch auch was. Naja. Das kannst du erst ab Stufe 2 Häuser. Da kannst du dann betreten. Ja. Also, dass alle betreten können. Ja. Ja. Das ist jetzt beim Stufe 1 Haus nicht? Nein. Wieso nicht? Das Stufe 1 Haus ist im Prinzip nichts anderes wie die Mietwohnung. Nur halt, dass du für 5.000 Dollar kannst ausbauen, ja. Dann kannst du extra einen Schlafraum betreten und du kannst das Bad extra betreten, ja. Du hast also nicht wie das Ding, wo vorne das Bett ist und hinten das Bad und dein Schrank, ja. Ja. Sondern du kommst rein wie so, wie so kleine amerikanische, wie sagt man, Wohnküche, ja. Okay. Und hinten kannst du dann ausbauen und hinten ist dann wie Schlafzimmer und Ding. Das kannst du aber extra ausbauen für 5.000 Dollar. Ja. Und 75 kosten die Häuser und für 80 kannst du es dann haben, ja. Hm. Und für 145.000, dann gehen dann die ersten Stufe 2 Häuser los, ja. Da kannst du aussuchen, die Inneneinrichtung kannst du aussuchen, was für einen Stil es haben soll. Du kannst, ah, da kannst du so viel ausbauen, ja. Hm. Also die nächsten Stufe 1 Häuser, die, wo ich kenne, wo frei sind, das ist mitten im Gängebiet, ja. Das ist mitten bei den Niners, ja. Ja. Ja, das kommt von uns ja eh nicht in Frage. Wir wollen ja hier oben, wenn wir den haben, ne. Ja, eben. Ja. Und da möchte ich auch nicht wohnen, ja. Weil dann willst du mitnehmen, weil die Niners im Gängebiet wohnst, ja. Äh. Ja. Ich will nicht hier eine verfügende Schießerei bei mir von der Haustür haben, ja. Hab ich keinen Bock. Hm. Das wär nix für mich. Hm. So, und du hast ja gesagt, hier wird sich einiges ändern. Das ist okay. Ja. Ähm. Aber wie gesagt, das wird erst am Sonntag geklärt. Naja, klar. Hundertprozentig. Ich sag mal so, ich kannst du so nix sagen oder machen, sondern ich bin ja hier der Antragsteller, ja. Ja, aber. Ja. Ich mein, ich würd's cool finden. Und, äh. Man muss jedem eine Chance geben. Das ist, das ist mein Motto. Ja. Egal wer, man muss jedem eine Chance geben. Ja, es gibt, na gut, es gibt gewisse Grenzen. Ja, ja, ja. Also ganz junge, ähm, Kampfhene brauch ich nicht. Ne, das bringt auch nichts. Weil dann hast du nur Stress. Richtig. Die wollen nur Ballern. Brau ich nicht. Ja. Ja. Aber, äh. Das, ja. Ist auch richtig. Äh. Äh. Wo ist denn, äh, Rancho? Kenn ich gar nicht. Haus in Rancho. In Rancho? Ja, was ist das denn? Äh, das ist drüben, ist das, äh. Aber, ähm, warte mal, Rancho habe ich schon mal irgendwo gelesen. Das sagt mir gar nichts. Ja, ja, das sagt mir aber hier, Rancho ist, ich hab ja, ich hab das schon mal irgendwo gelesen, wo ist denn das Kaffee? Ich hab das noch nicht blöd, ich hab das schon mal gelesen. Naja, Titus, du kannst vorsichtig sein, dass du heute nicht beim Wufelpark bist. Das kann ich schon mal so sagen. Hm. Wieso? Mhm. Weil das so ist. Ja. Da ist wieder die Hölle los. Boah, gestern war da gar nichts los. Naja, aber heute schon. Und wenn du jetzt dazu rüberfährst, so Star-Werkstaffel und die Bowlers und die Cairns belagern die, ja, dann dauert es nicht lang, dann kommen bei den Niners. Weil, äh, Viva und die Niners, die arbeiten ja alle zusammen. Weil Viva war ja mal ehemaliger, äh, O.J. von den Niners. Er zählt ja als Legende von den Niners. Ja, das ist gut. Ja. Habe ich das eben richtig gesehen oder sind da eben zwei Monster Trucks lang geballert? Oh, hab ich nicht hingeguckt. Nee, hab ich nicht hingeguckt? Nee, hab ich nicht hingeguckt. Zwei Monster Trucks eben. Echt? Ja, ja, ja. Ich hab auf die Nordseite geguckt. Ja. Ja. Na gut. So, ich muss jetzt mal ganz schnell in Export, ich muss schnell bei einer Export-Sache mitbieten. Ja, lass es mal rübergehen dazu. Ja. Hm. Das sieht, dass du doof aus. Ja, ja, ja. Aber naja, gut. Hm. Was geht ab? Was geht ab? Ja, moin. Na? Wie geht's Ihnen? Da wurde gefragt wegen dem einen Haus, das er ist, ne? Oh, ja. Oh, ja. 140.000. Und will sie dafür haben und das ist wirklich klein. So, jetzt muss ich schnell in Export mitbieten. Scheiße. Kann von euch jemanden Gruppenbullen? Äh. Nö. Was genau? Wo brauchst du denn? Ich bräuchte jemanden, der mir eine Packrolle entfernt. Ach, scheiße. Okay. Also, Plan B. Ich werde halt den Kopf hochnehmen. Richtig, richtig. Ich denke, es wird bei Plan B enden. Ach, scheiße. Also, ich kenne einen Kopf, der könnte die morgen bestimmt entfernen, aber die Frage ist halt, wie geduldig du bist. Eigentlich gar nicht. Eigentlich möchte ich den Elke jetzt gleich wieder fahren. Ja, dann auf was warten wir. Dann suchen wir uns gleich einen Doofen und dann macht er uns ein paar Kralle ab. Hm. Ja, wow. Ticket hat doch gereicht, oder nicht? Ich hab kein Ticket bekommen. Oder gleich ein paar Kralle, oder was? Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Seine Story endete im Notfall-MD. Ja, nice. Weil die Sannis natürlich zuerst die Coppers wieder ins Leben gerufen haben. Die ich überfahren habe. Das wird nicht besser. Ja, was? Wenn die versuchen, LKW mit ihren Körpern aufzuhalten, haben sie Pech gehabt. Naja, das ist... Das war schon dumm, ne? Das war nicht das einzig Dumme. Sag mal, warum hast du die Dampfstille verkauft? Das war's gut, ne? Wir hören uns morgen. Jo. Bis morgen. Jo. Was, was? Die Dampfstille. Deine Dampfstille. Hast du die Dampfstille verkauft? Weil ich dafür 1,2 Millionen bekommen habe. Ach so. Cash. Cash. Cash of the Hand. Ja. Weil ich und Santa, wir haben uns überlegt, weil wir haben jetzt nicht beliefert, und da haben wir überlegt, ob wir es abkaufen, aber dann warst du schon weg, ja. Naja, ist egal. Also, ich habe es dir das erste Mal verkauft, für eine Million. Ja, das weiß ich ja. Und der Typ hat nach 600.000 aufgehört zu zahlen, ist noch verschwunden. Richtig. Genau, und jetzt habe ich dir das zweite Mal verkauft, für 1,2 Millionen. Ja, genau. Und jetzt die Geschichte hast du uns ja auch erzählt, ja. Und ich und Santa, wir haben uns hin und her überlegt, ob wir sagen, ja, kaufen wir es, kaufen wir es nicht, legen wir zusammen, ja. Tu 500.000, ich 500.000, hätten wir die Dampfstille, aber, naja, hat sich überschnitt. Ist ja ja. Jetzt ist er so, so weg. Ja, er zahlt immer noch Raten, weg ist er noch nicht. Ach so, er hatte es noch hier nicht. Ach so. Oh Gott, das ist die nächste, die abzieht, oder? Warum abzieht, du? Na, ich sag nichts. Im Vertrag ist unterlegt, wenn er nicht zahlt, dass ich das Recht habe, mir die Tankstelle wieder zurückzuholen. Ja. Beziehungsweise, ich bin auch noch Eigentümer, wenn er nicht zahlt, dann sind sie raus. Ja, dann schauen wir mal. Also, wenn das wieder so weit kommt, ja, dann, ja, da klicke ich bei dir an, okay. Habt ihr aber das vom Bonsai gehört? Da ist er 24,7 verkauft, für 1,7 fucking Millionen. Ja, 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 ja. Der will den loswerden, weil... Der hatte schon verkauft. Ja, hatte schon. Ich hatte gestern mit ihm telefoniert gehabt und er meinte, er hat schon 10 Millionen auf seinem Konto, er geht in Rente. Er verkauft jetzt alles. Na ja, kann er auch leicht machen. Ja. Mit 10 Millionen, ja. Ja. Da brauchst du nicht mehr arbeiten. Ja, aber was willst du denn noch machen, wenn du denn gar nichts mehr hast? Nur noch die Kohle? Er hat gesagt, das einzige, was er noch macht, ist ein bisschen Edelstein handeln. Aber auch wenn er Lust und Laune hat und ein bisschen im Restaurant macht er hin und wieder was. Okay. Wenn er Lust hat. Okay. Aber ansonsten, so mit Fahrzeugen oder Piwapo 24,7 oder Tankstelle oder so, macht er gar nichts mehr. Ja. Richtig. Das ist der letzte Stand bei Autofertigung und das ganze Gelobbe hat er ja schon verkauft. Ja. Oder ist gerade am verkaufen. Oder ist gerade am verkaufen. Ja. Wir haben ein Problem, junger Mann. Wir? Ja. Ja, hier unsere Herrschaft von der Lauf. Naja. Ohne ein Detektiv kriegt ihr das nicht weg. Ihr braucht ein Detektiv. Ein Detektiv. Entweder ihr tütet ein Detektiv ein oder ihr müsstet die damit, dass die einen Detektiv dafür anordnen. Also das schaffen wir zu zweit nicht. Also zu zweit zwei Cops einsacken. Okay. Aber dann noch ein Detektiv dazu holen, das wird knifflig. Ja, Detmers ist leider nicht da, sonst hätte ich ihn angerufen. Hm. Zeitschalt? Zeitschalt? Hat das die Zeitschalt? Nein. Nee. Ah. Es wird drangemacht und kann auch nur von einem Detektiv abgebaut werden. Wie lange? Ja. Es bleibt so lange, bis der Detektiv das abmacht. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, einen Detektiv einzutüten. Versteh ich das richtig? Richtig. Ja. Äh, Detmers oder Sanders? Die Nummern gefällt mir immer besser. Ey, ich fahre mich erst seit gestern. Die Nummer gefällt mir immer besser. Ja, nehm die alte, die ist eh blöd wie Stroh. Die läuft halt eh nicht. Sanders, Sanders. Sag mal, hab ich dich nicht gestern erst, äh, das Auto repariert? Mir? Ne, ich hab das gestern ja selber neu in der Werkstatt gearbeitet. Wo finde ich denn, Sanders? Hm. Ganz gute Frage, das weiß ich doch auch nicht. Das konnte der Gnomi mir auch nicht sagen. Hm. Ähm. Man kann sich ja dumm stellen und anrufen bei der Polizei und fragen, wisst ihr wo Sanders ist? Ja, ich hab hier seinen Schlüssel, ich weiß nicht wo ich ihn abgeben soll. Das ist eine Frau. Hat irgendjemand Informationen über den Sanders, wo die wohnt, wo die aufhält, was die so macht in der Freizeit? Negativ. Negativ. Also ich weiß, ich weiß, warum ist fleißig den Deppmask. Wow. Das ist doch schön. Mensch. Also muss ich alle beide einpacken. Wow. Die Nummer wird immer besser. Ich sag mal so, wenn du den einen kriegst, kommst du aber an die andere ran. Hm. Live in Weiderregel. Ach ja, stimmt ja. Digitalisierung läuft. Ja. Ja, dann guck mal nach. Manchmal sind da schöne Bilder drin, vielleicht von Aufenthaltsorten, ne? Warte mal, ich guck auch mal mit. Das wird doch jetzt interessant. Da ist doch genau mein Metier hier. Genau deswegen findet ihr kein einziges Foto von mir auf Live in Weider. Da hab ich mich ja damals übern Chico so ausgelassen, übern Garcia, Alter. Und den hab ich so abgepackt, Mann, Alter. Ach nee, noch nicht von mir. Du meinst nicht diesen... ...diesen... ...um... Ja, alles klar. Warte auf. Da hat der Fotos... Ne, da hat der bei so einer alten reingeschrieben, so von wegen, ja, äh, mon chile bla und so, ne? Und ich so, na? Wie ist es so auf dem Berg? Und er so, woher weißt du, dass ich auf dem Berg bin? Sag ich, du bist so dämlich, ne? Sag ich, du schreibst doch, dass du kacken gehst oder was denn dein scheiß live in Weider. Sag ich, alles was du schreibst, wissen die Leute, wo du bist, was du machst. Egal, wo du was kommentierst. Und er so, echt? So voll am Krölen, Alter. Ja, äh, ist es jetzt, ist es jetzt aber wirklich so, dass nur ein Detektiv so ein fucking Schlüssel hat für so ein scheiß Ding? Ja. Das kann doch gar nicht sein. Egal. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Meinst du nicht, dass du das mit der Blechstange auch weggehoben kriegst? Das können doch die PD auch, äh, PD leer, hier. Mhm. Normalerweise. Ja, aufsperren kann ich ja das Fahrzeug, ich kann mich auch reinsetzen, also kann der Motor nicht starten. Naja, ich weiß. Keine Ahnung, was das für ein scheiß Ding ist. Ist wohl irgendwie elektronisch auch blockiert. Okay, warte mal ganz kurz, ich mach nochmal fix nen Anruf. Oh Junge. Jetzt ist er nicht mehr da, ich kack ihn. Oh. Hm. Weil der kennt garantiert jemanden, der jemanden kennt, der nen Detektiv einsacken kann. Weil der macht das gerne, Polizisten einsacken. Na gut, Junge, ich werde ein Zuteil. Definitiv, ich auch. Mach's gut. Mach's gut. Jo. Viel Erfolg. Ja. Viel Erfolg beim Schlafen und so. Das wird eine richtig lustige Nummer, ich weiß es jetzt schon. Ja, zu zweit wird das knifflig. Ne? Was? Wir hören uns, Henrico. Ja, der ist auf alle Fälle. Ne? Alles gut. Ja, du auch, pass auf die auf, ne? Ja. Ja, ja, ja. Was? Ja. Ich blende so ein bisschen die Reklame-Tafel nicht. Okay. Rein wird klar. Also kann rein theoretisch ein Commander oder ein Chief, kann das auch nicht aufsperren, oder? Weil ein Chief wäre, um einiges leichter hinzupacken, wie ein Scheiß-Detektiv. Hm. Kommt das dann? Ja. Chief ist dumm. Wie heißt die Josie, ne? Servus. Und dann? Kurze Frage, habt ihr einen Bambi gesehen, zufällig? Einen Bambi? Einen Bambi-Bus? Einen Bambi? Nee. Wieso? Na gut, der heißt Leon, er ist wahrscheinlich hier angeliefert worden und seine Freundin in Sandy. Jetzt zoomen wir ihn gerade. Ach so. Ja. Sind... Wohl getrennt worden, unterschiedliche Busse. Na gut, dann suche ich ihn mal weiter. Der Bambi-Bus ist hier gerade lang gefahren mit ein paar Bambis drin. Vielleicht sitzt er da drinnen. Ja. Ähm. Da ist er leider nicht drin. Das ist das. Dann suchen wir ihn gerade. Ach so. Ja. Ist er vielleicht irgendwo am Bus umgefallen? Hast du da schon mal geguckt? Ich habe schon geschaut hinten jetzt. Jetzt fahre ich mal zur Anmeldung vielleicht. Oder hier die Einwanderungsliste abarbeiten. Ja. Fahrzeugfahrer. Restaurant. Ja. Machen wir alles jetzt durch. Okay. Dankeschön, ne? Bitteschön. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Okay, anscheinend. Ähm. Anscheinend kennt Emily dir auch. Ah, die Nummern gefällt mir immer mehr. Glaub mir. Hm. Weiß nicht. Äh. Also Emily scheint sie zu kennen. Also Emily Grant. Mhm. Bei eins der Bilder hat sie nämlich kommentiert, heiratet die endlich. Oder ich ärgere die Cops jetzt mit dem Truck. Oder ich ärgere die Cops jetzt mit dem Truck und schleppe den jedes Mal vor Speedy hin. Sehen das auf den Sack geht und die die Packerle abmachen. Das hätte natürlich auch Style. Das hätte Style. Ganz ehrlich. Wo steht denn der Laster? Ja, die haben wir aktuell versteckt. Was? Von den Cops. Was? Damit sie... Ja, wir haben den von der Verwahrstelle weggeschleppt mit dem Abschleppel. Ach so. Hm. 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 Tja. Dann wird's schwer. Tja, keine Ahnung. Schwer ist nix. Den krieg ich schon. Detective oder... Ja, mal schauen. Vielleicht auch einen Chief einpacken. Aber das ist... Am besten gleich noch einen Staatsanwalt dazu. Ja. Also ich könnte morgen auf jeden Fall in Erfahrung bringen, ob die wegen gestern irgendwas für dich angelegt haben. Das kann ich auch in Erfahrung bringen. Außerdem können die da gar nix anlegen. Glaub ich. Oder? Bring das mal in Erfahrung. Kannst du es jetzt? Nee, weil dazu müsste der eine da sein, den ich auch wegen der Packer fragen wollte. Hm. Hm. Aber der scheint heute nicht mehr zu kommen. Hm. Tja, schwer, schwer, schwer. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Hm. Dass man das nicht mit Beicheisen irgendwie lösen kann. Ja, ich keine Ahnung. Das ist irgendwie auch elektronisch verbunden, weil du kannst doch keinen Zinschluss umdrehen, um den Motor zu starten. Ach so. Das ist nicht nur die Parkralle. Das ist irgendwas Elektronisches auch blockiert. Hm, 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 hm. Ach so eine Scheiße. Ja, ich habe keinen Kontakt zu den Bullen. Ja, also. Wenn die meinen Namen hören, ja. Das kommt nicht so gut, ne? Das kommt nicht so gut. Das höre ich nur noch klack, klack und das war's. Ah, trifft sich ja ganz praktisch. Oder ich bin einfach so frech und gehe da einfach mal ins BD rein, spaziere einfach mal rein und frage mal was los ist mit dem LKW. Ja. Oder dass der eine Parkralle dran hat. Ja, genau. Mach mal einen auf dumm. Ja, genau. Das funktioniert manchmal, ja. Einfach auf dumm machen und einfach reingehen und sagen, äh, eine Frage, ich würde mein LKW losfahren und der hat nicht mehr funktioniert. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Warum ist da jetzt eine Parkralle dran? Ja. Stimmt, musste ja keiner erzählt haben, was gestern passiert ist. Eben, eben, ja. Wenn einer sagt, ja, es wird schon gut haben, dann sag ich, ja, keine Ahnung, ich war ja nicht da, gestern war ich den ganzen Tag nicht da. Ich weiß nicht. Meine Angestellten vielleicht, ich weiß auch nicht. Einfach auch blöd machen. Hm. Vielleicht ist einer dabei, der sich erbarbt und sagt sich, naja, komm, dann machen wir's halt runter. Also bei mir, also ganz ehrlich, ich hab's hingekriegt ins PD reinzulatschen ohne Waffe und mit Waffe wieder rauszulatschen. Ja. So, mit einer Waffe, die nicht mir gehört. Dann sollte das doch eigentlich ein Klack sein. Hm. Ja, wobei, die müssen ja auch nur einen Detective rufen, weil die kriegen das Ding ja auch nicht ab. Hm. Oder ich mach jetzt mal auf Dummruf da an und frag mal nach, so Hupala, mein Lkw, der hatte so eine Parkhalle, was ist denn da passiert? Ich war den ganzen Tag nicht da. Wer wäre jetzt dafür zuständig? Das könnte man machen. Ja, jetzt machen wir das auch mal. Das ganze Dumme ist halt, ich weiß ja nicht, haben die nicht gesehen, wie ich aussehe? Oder war ich da noch Maske? Sicher? Polizei war's ja nur drauf. Guten Tag, hier ist Cortez. Ich hab eine Frage. Ich wollte jetzt ja gerade hier in mein Lkw einsteigen, ja? Und wollte Zündstüffel umdrehen und dann hab ich festgestellt, das funktioniert alles nicht. Und ein Freund von mir meint, das ist dann eine Parkhalle, aber ich weiß nicht, warum da eine Parkhalle dran ist. Ich war ja den ganzen Tag nicht da. Was ist denn da passiert? Ähm. Wo steht denn der Lkw? Mein Lkw? Der ist hier in Los Taktos. Könntest du das aufsperren? Ja, ich kann ja Auto so nicht aufsperren. Sie müssen mir schon genau sagen, wo das steht. Warten Sie mal ganz genau, ich schau doch mal ganz genau nach. Moment, Moment, ich, 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 ich frag, wo hast du, sag mal, wo hast du jetzt wieder den Lkw, wo ist jetzt der Lkw? Wo steht denn der? Da kann die Dame das aufschließen. Wie, wer, wer kann's aufschließen? Ja, ich hab grad die Dame von der Polizei im Apparat, die würde das gerne aufschließen, äh, die Parkhalle. Von dem Lkw? Ja, 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 wo, wo steht der? Wenn ich den jetzt sage, wo der steht, dann, dann schleppen sie den weg. Dann holen wir ihn wieder zurück. Äh. Wir haben doch den nicht ohne Grund da weggeschleppt. Man, jetzt, äh, kennt er sich wieder nicht aus. Wer ist denn da dran? Äh, jetzt kennt er sich wieder nicht aus der Karte aus, äh, das darf halt nicht wahr sein, ja. Wer ist denn da dran? Äh, den kliffenierst du? Äh, Entschuldigung, die Dame, äh, äh, äh. Ja? Ja, keine Ahnung, also, hm, jetzt bin ich selber mit verwirrt, ja. Äh, äh, wie ist der Name? Ich rufe dann später nochmal zurück. Officer Wutz. Officer Wutz, jawoll, Officer Wutz. Die alte Fotze. Ich, 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 ich melde mich sofort bei Ihnen. Okay. Ja. Dann bis später. Ja, tut mir jetzt echt leid, es ist mir total peinlich. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, bitte. Alles gut, machen Sie sich keinen Stress. Ja, ja. Na gut, tut mir leid. Okay, dann einen schönen Abend, und bis später. Ebenfalls, ebenfalls. Ciao. Ciao. Wir werden dann hops genommen. So, also, äh, also wie gesagt, die Dame, äh, kurz aufschließen. Okay, pass auf, wir können das so machen. Ja, die ist glaube ich Detective, Detective Wutz. Ja, ja. Ja, 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 ja. Boah, nee. Ja, aber... Wir können das ja so machen, wir sagen denen, wo der, äh, Truck steht. So. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Im schlimmsten Fall stellen, stellen sie ihn halt wieder da auf den Parkplatz. Was? Dann holen wir ihn nochmal zurück. Mhm. Und dann halt auf die andere Weise. Dann sacken wir ihn Detective ein. Und zwar, Detective Wutz. Und die will die Parkrolle abmachen. Ja. Die könnte auch von mir aus zermatschen, die alte. Ja. Ich habe ihr angerufen und habe ihr gesagt, äh, wenn ich telefoniere, hört sie nicht, was ihr sagt, oder? Nein, nein. Hört sie nicht. Äh, okay. Äh. Ja. Also ich, also das wäre jetzt so eigentlich eine relativ gute Idee. Ich meine, selbst wenn sie das Ding wieder zurückschleppen, meinen, dann holen wir ihn nochmal zurück. Dann rufe ich morgen bei mir da in der Werkstatt an und, äh, sag dem Kopf Bescheid, dass er das Ding da wegholen soll. Naja, wie ich sag, also ich habe angerufen, hab gesagt, ich war am Tag nicht da, ich bin wieder zurückgekommen und auf einmal fährt er, ist das blöde Ding, äh, 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 funktioniert jetzt nicht, ja. Ja, ja. Und ja, mein Kumpel hat ja meinte, das wäre eine Parkhalle, ja. Ja. Ja, ich würde sagen, lass uns das doch so versuchen. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so eine blöde Idee. Okay, also du kannst ja ruhig sagen, dann probier's aus. Das ist eine 31er Bulletschlampe auf jeden Fall. Da steht in Westpucci. In Westpucci? Weißt du, wo die Westzeit ist? Äh, Westzeit von Westpucci, äh, ja, warte mal. Du kannst auch das Tattoo-Studio, oder? In Westpucci, da unten. Ja, unten. Das ist doch da, wo auch der Bootshafen ist. Ja, genau. Ganz unten, da die Sackkasse, die Straße, wo zur Sackkasse wird. Ja. Genau, da unten steht er, am Rand. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, dann sag ich dir, soll ich da hinkommen. Fährst du da auch hin? Nee, oder? Du fährst da nicht hin. Also, du weißt schon, da, vom Bootsverlein, wenn's du... Ja, 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 ja. Da ist doch so eine Sackkasse, die dicke Straße, wo zur Sackkasse wird. Ja, ja. Da steht er. Weißt du was, weißt du was? Ich hab noch ne Idee. Ist ein Hauler. Hauler, ist ein Hauler. Ja, genau. Hauler? Ich hab ne Idee, was wir noch machen können. Ein grüner Hauler mit Kennzeichen Titi. Warte mal, grün, grün und was für Kennzeichen? Titi. 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 T-I-T-I-T-Y. Y hat er am Schluss, okay. Titi. Titi. Okay, ja, okay, ja, hab ich, hab ich, ja. Soll ich dir erst sagen, was wir noch machen könnten? Was denn? Wir könnten ähm, schon mal in die Nähe fahren uns mal irgendwo verstecken und gucken, was die da tatsächlich machen. Ja natürlich, hab ich auch vorher. Ich hätte jetzt dir gesagt, wartest einfach mal so drei, vier Minuten und danach ruchst du nochmal an, wir fahren dann mit den Bikes runter, wir schnappen uns dann schnellere Bikes und fahren dann mal vor Ort und verstecken uns da mal in der Nähe und da gucken wir mal was die machen. Gut, gut, gut. Okay, dann wartest du einfach mal 4-5 Minuten und dann rufst du nochmal an. Ja, okay, dann ruf ich da so 3-4 Minuten und ruf ich da nochmal an. Passt, passt, machen wir. Dann auf geht's. Abflug. Alles klar. Aufsitzen. Äh, ja. Ja, dann viel Glück. Ich ruf dann bei dir an und frag nochmal nach oder sag Bescheid, was rausgekommen ist. Ja. Ja, mach geht. Kusen. Kusen. Oh, Mensch, ich will ja erstmal hier. Hallo, jetzt geht die Mühle nicht an. Ey! Ich hab nur 30 Meter im Tankfahr. Ich brauch noch 31. Ja, okay. Dann fahr vor, ich bin Prenzeln weg, also. Sattklappert, die da vorhaben, keine Ahnung, eine Sache. Ja. Wenn mich einer fragt, die Polizei fragt, warum ich das so gesagt hab, ja, sag ich, die hab ich bedroht. Oh, ich hasse diese Frau, ne? Ich bin halt arsch. Diese Volumenkab... Nee. Echt? Ist das so eine richtige Fotze? Aber eine richtige, ja. Ah, scheiße. Jetzt geschafft, dass jemand nicht mehr einreist. Echt? Mhm. Scheiße. Und jetzt soll ich die Aduade rufen? Oh. Was hat der arme Kerl gemacht, dass er eben so hinachgesetzt hat, dass er nicht mehr einreisen darf? Ähm. Er hat keine Lust mehr. Sie hat ihn halt ziemlich beschissen behandelt. Ach so, also er dürfte noch einreisen, aber... Er will nicht mehr. Er will nicht mehr wegen der einen Damen. Sie hat ihn psychisch fertig gemacht. Nicht nur hier, sondern auch in Europa. Ah, okay. Das ist dann schon scheiße, weil, äh... Du weißt ja, ne? Ja. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Ja. Und manche können das nicht. Ja, das ist das Problem. Manche können... Deswegen hoffe ich, dass ich von dieser netten Miss Grant das Schreiben bekomme von dieser Todesurkunde. Okay. Und dann ziehe ich der alten Schabracke das Haus unter dem Arsch weg, was er nicht gehört. Und das ist mir egal, ob er mich drum gebeten hat, dass die Alte das Haus behält. Ja. Er hat es nicht verdient, also hat sie auch nicht in diesem Haus zu Hause. Okay, verstehe dich, verstehe dich. Weil ein Mensch so zu vergraulen, dass er die Insel verlässt, geht nicht. Nee, das macht man nicht. Und dann hat sie von, in meinen Aussichten, auch nicht das Haus verdient. Das ist richtig. Da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Und da ich als eingetragene Nichte dastehe, und sie nicht, ja. Ja, verstehe. Ja. Da kann das schon mal rumsen, ne? Ja, das ist richtig. So, gelaufen. Ach ja. Ich bin mal gespannt, wann der sich jetzt dann melden will. Ich bleib doch nicht mehr bis Ostern. Naja, also ich muss erst mal anrufen. In so zwei Minütchen rufe ich an. Ach, gucken, was die Firma sagt hier. Weiß er nicht. Wurde ich aus dem 24-7 rausgeschmissen, Alter. Echt? Weil er Prüfung hat. Deswegen schmeißen er die Leute raus. Ja. So richtig dämlich. Ja. Ja, das Bonsai jetzt auch sein 24-7 verkauft hat, ist echt heftig. Naja, der hat jetzt genug. Zehn Millionen, was will der mehr, ja? Ja. Ja. Der, wenn der jetzt losgeht, ja? Und sagt, hey, ich kauf mir die NSA-Gebäude. Das kannst du jetzt kaufen, ja? Für, ich weiß nicht, für 5,6 Millionen oder sowas. Ja, kannst du das NSA-Gebäude kaufen, ja? Dann hat er die komplette Kontrolle über die Insel. Und will er damit? Naja, eben. Deshalb sage ich ja, du kannst das kaufen, aber wer kauft das schon, ja? Das ist die nächste Sache. Wer will, was hast du davon, wenn du das riesen Block hast mit den Adenten und Satellitenschüsseln und Scheiß und Bumms, ja? Was machst du damit, ja? Ja, weiß ich nicht, was der damit will. Keine Ahnung. Können wir die NSA aus dem Block raushauen, oder? Wer weiß nicht, wer... Um zu trauen wär's, ne? Ja. So, ich ruf da jetzt mal kurz an. Ich mach mal meinen Auftrag. Mhm. Ich hab ja immer noch die Ausrede, die hab ich bedroht. 911, was ihr noch rufen? Guten Tag, hier ist Cortez noch mal. Hallo. Guten Tag. Es tut mir so leid, dass ich voll so... Das ist mir echt peinlich, wissen Sie. Alles gut. Ja, also ich weiß, wir haben das jetzt ja noch mal nach... Wir sind noch mal hingefahren, ja? Wissen Sie, wie ist Butchi, den Tätowierladen? Ja. Oder südlich davon, da ist doch diese Sackgasse am Schluss. Mhm. Oder wo am Schluss so ein Dicksbums dran ist, ja? Genau, in der Nähe vom Kautschukfeld, richtig? Warten Sie mal, das Kautschukfeld, das ist ja hier... Ne, wenn Sie von dem Tätowierladen die Straße hier entlang fahren, bis zum Kanal. Ja, und da geht es so seitlich, so runter wird es den Kanal, bis es nicht mehr weiter geht. Wissen Sie, wo das ist? Mhm. Ja, und da ist der Grüne, ist ein Hauler, ist es ein grüner Hauler. Ja. Passen Sie auf, wir machen es so, Sie bleiben jetzt am Tattoo-Shop in Westputschi stehen? Ja. Und ich schicke Ihnen dort einen einen hin. Ja, und die, die können das aufmachen? Und die gucken dann nach, was mit ihren LKW ist. Okay, dann warten Sie, dann muss ich erst zum Tätowierladen fahren. Na, kriegen Sie das hin? Ja, geben Sie mal ein, zwei Minütchen. Weil ich bin jetzt ja hier im Norden von... Ja, obwohl, ich schaffe das schon, keine Sache. Die Herren können kurz warten, bis ich da bin, ja? Mhm. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Und jetzt? Jetzt habe ich hier da scheiße. Jetzt habe ich hier da scheiße. Jetzt warum hast du da scheiße? Brauchst du die Nummer von Dingens? Ja, 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 richtig. Ruf ihn mal an, ja. Ja, ich gebe dir die Nummer, du mastet jetzt. Achso, ja, ich gebe mir mal die Nummer für ihn. Ja, ja, ich muss gerade gucken. Ich habe mich hingesteckt. Oh, jetzt hast du einen Kotzen, Alter. Ich hatte dieses Telefon, ich hatte dieses Tablet, das alles muss. Oh, deswegen spaß du da drum. Äh, an die Herren, was ist los da? Äh, hast du was zu schreiben? Ja. Und der hat auch die nette 31. Okay, jetzt schieb ich los. Vorbei brauche ich nicht. Ne, 31, 98, ach Quatsch, 3, 1, 8, 9. Mein Gott, ich bin heute durch. Also 3, 1, 8, 9. Ja. Und dann 1, 3, 4, 6. Okay, also 1, 3, 8, 9. 1, 3, 4, 6. 4, 6, richtig. So, das ruf ich an. Zeig ihm Bescheid. Okay. Ich bin heute echt mega am Arsch. Das glaube ich nicht, du bist eine Kämpferin. Ja, man kann trotzdem Fehler machen. Das ist richtig. Aber. Ja, hallo. Hallöchen, ich bin's. Ja. Also, die Polizei ist unterwegs. Die wollen sich treffen, ja. Im Bisputschi am Tätowierladen. Da wollen sie sich treffen, ja. Ja, da werde ich gar nicht jetzt nicht drin kommen. Ja, ja, ja. Da werde ich gar nicht jetzt nicht drin kommen. Ja, ja. Die wollen mich einknasten, ganz einfach. Soll ich dir so ein bisschen. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Okay. Also, werden die da nichts aufmachen. Ja, also, die sind auch nicht auf den Kopf gefallen, verstehst du? Okay, ja, okay, weiß ich Bescheid. Okay. Ja, also dann, danke dir. Ja. Ciao. Ciao. Was hat er gesagt? Ja, ja, da wird er bestimmt nicht auftauchen dahin, ja. Die wollen bestimmt einknasten, ja. Hm. Hm. Tja, ich weiß wohl nix. Wir haben es ja gar nicht gewonnen, eine Pistola wie ihr Kopf verhalten. Ich bin ein Scheißerfassat, Alter. Ja. Nee, bin ich gar nicht. Ja. Ich halte das, was ich versprochen habe. Ein Mann. Ja, hast du ja jetzt. Richtig. Ein Mann Antwort. So sieht's aus. So sieht's aus. Hm. Und das, was ich vorhin gesagt habe, das habe ich erst gemeint, ja. Das ist wirklich so. Hm. Ja, ich weiß. Hm. Bitte. Ja, wenn der Puchse auch mal so sehen würde, wäre er es. Naja. Top, aber nö. Naja. Hm. Es beißen so, die, die man kriegt, die will man nicht. Ja, und die, wo man... Ich halte... Nee, wie war das? Die, die, wo man kriegt, die will man nicht, und die, wo man möchte, die kriegt man nicht, oder so, irgendwie. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Ich auch nicht. Irgendwie so, ja. Aber ich verstehe, was das heißen soll, ja. 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 Hm. So ist das. Ja, hau durch mal hin, in die Koje. Okay, wir sehen uns. Das machen wir, das machen wir. Okay, dann sag mal bis dann. Jo. Ciao, ciao. 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 Alles klar. So, ich brauche aber jetzt noch eine gute Versicherung, ich brauche jetzt irgendwie noch eine gute Versicherung. Ja, Portez? Hallo, da André nochmal. Du, kannst du mir die Nummer von der WUTS-Personal schicken? Ne, das war ja die normale Polizeinummer, Notrufnummer. War das die Notrufnummer? Ja, ja. Da ging die WUTS ran? Ja. Okay, dann rufe ich da mal an. Ja, das kann ich. Okay. Ja, danke dir, ciao. Ciao, ciao. Ich hab meine große HüRO. Ich hab die Flee. Ich hab die Biele, ich hab die Flee! Ich hab die Flee. So, ich hab die Flee. Mach das meine Telefon. Ich hab die Flee. Das ist, ich hab die Flee. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Manchmal ist es besser, man macht sich klein und täuscht es vor, dass man schwach wäre, unter Hilfe, aber da in Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020